hallo guten morgen alle hier in frankfurt an diesem trüben november tag ich freue mich dass ihr so zahlreich erschienen seid und ich freue mich vor allem nach zweijähriger pause endlich wieder ein e-learning netzwerktag zu eröffnen zu dürfen und wieder ist eigentlich auch ich habe noch nie ein e-learning netzwerktag eröffnet seitdem der existiert weil der letzte e-learning netzwerktag wurde noch von detlev der auch hier heute ist detlev steht noch mal kurz auf von detlev noch verabschiedet bevor er in seinen wohlverdienten ruhestand ist wir haben den staffelstab übergeben das war 2019 und dazwischen hat sich ja einiges abgespielt was wir alle mitbekommen haben also noch mal ein paar worte zu mir für die die mich noch nicht in irgendeiner zoom kachel oder so kennengelernt haben mein name ist hendrik traxler ich bin jetzt der neue direktor von studium digitale habe auch eine forschungsgruppe beim dipf für educational technologies und kombiniert die beiden jetzt also der doppel wumms quasi den gibt es jetzt hier für edu tech an frankfurt ja meine forschungsthemen sind learning analytics recommender systeme und viele dinge die die lehre innovieren sollen aber weniger über mich ich will noch mal kurz zurückgehen ins frühjahr 2020 als ich dann detlevs stuhl bekommen hatte haben wir uns ja noch die surrealen bilder aus bergamo in italien vielleicht noch in erinnerung also während ich dann hier angefangen habe wollten wir gerade die learning analytics konferenz 2020 organisieren mit über 700 teilnehmern hier an frankfurt waren da fleißig am arbeiten dran januar februar dann kamen die bilder aus bergamo und das war natürlich sehr schockierend und dann haben wir zwei wochen bevor die konferenz im märz stattfinden sollte die gesamte konferenz umgestrickt auf eine online konferenz nachdem wir ein jahr lang eine face to face konferenz so wie immer geplant haben und das geht natürlich nicht ohne so ein leistungsstarkes team wie studium digitale wo langlehrige konzepte zum hybriden lernen zum online lernen schon lange in der schublade schlummern wie die e-autos bei audi und ähnlichen man muss nur die situation haben dann holen wir die jetzt auch gemacht und was soll ich sagen die konferenz kam auch super an also wir haben große begeisterung gehabt für das konzept wir haben neue dimensionen aufschließen können leute konnten zwei präsentationen gleichzeitig folgen also ganz neue physikalische maßnahmen geschaffen um die education technologies voranzubringen und natürlich ist es auch für studium digitale so dass wir direkt im sinne unseres auftrags auch unsere erkenntnisse direkt disseminiert haben also wir haben blog post gemacht wie kann man jetzt online konferenzen am besten organisieren und natürlich auch was ganz wichtig ist im kern von studium digitale wir haben auch das was wir machen intensiv beforscht und dann eben auch wissenschaftliche artikeln ja später dazu rausgegeben wie man online konferenzen jetzt umsetzen kann welche effekte wir von denen sehen können haben das sehr kritisch beleuchtet auch also zwar haben viele menschen unter der pandemie sehr gelitten und es war auch eine es war aber auch eine zeit von nachhaltigen verhaltensänderungen wie wir sie alle erlebt haben und was in der vergangenheit immer für gründe gab um e-learning oder technology enhanced learning nicht durchzuführen wie datensicherheit datenschutz keine effektivität der digitalisierung und ähnliches das wurde in der pandemie kurzerhand alles über bord geschmissen und wir haben quick und dirty einfach alles implementiert und alles aus den kasten geholt was wir eigentlich hatten und sind damit hier in frankfurt sehr gut gefahren wir haben hier große kooperationen geschmiedet mit dem hz mit dem ikh eine virtuelle ag die auch jetzt weiter besteht um eben die digitale lehre auch sinnvoll an einer universität wie unseren einzusetzen und auch die präsenz zu unterstützen also in diesem sinne hat die kurve krise nicht nur negative dinge gehabt sie hat auch sehr viel positives für die lern technologie hervorgebracht und es war natürlich aber auch eine zeit also den stuhl von studium digitale in einer zeit der pandemie zu übernehmen war wie einen reißenden fluss zu springen während mir andere bekannte gesagt haben auch ja pandemie ist eigentlich nicht schlecht so die erste lockdown ich sitze gemütlich zu hause ich muss nicht mehr fahren stand bei uns das telefon nicht mehr still weil irgendwie alle digital geschrien haben und wir dem hinterher gerannt sind also spannende zeiten wir durchgemacht haben seitdem hat sich natürlich studium digitale auch sehr verändert und ich will kurz beschreiben wie wir studium digitale umgebaut haben das ist ein foto von einem minenmuseum wo wir unseren retweet hatten für studium digitale dieses jahr und wir haben natürlich nicht alles verändert es gibt immer noch bestehende abteilungen wie das blaue telefon wenn man daran geht dann erreicht man alexander tillmann unseren geschäftsführer und auch die mediendidaktik der sich jederzeit bereitstellt alle möglichen modernen konzepte umzusetzen und auch in eu projekten sehr einsetzt unterm gelben telefon findet man dann sara hier sara ist für die medienproduktion da die versorgt das ganze streaming hier die technik ähnliches die aufzeichnung barrierefreiheit viele dinge die wir eben hier umsetzen und wenn die wenn die drähte richtig klühen und irgendwelche infrastrukturen nicht mehr laufen dann muss der david dran na wo ist er denn ja david der natürlich die medientechnologie dann leitet also unsere drei hotlines die wir eben haben und um studium digitale kurz noch mal für alle die die uns noch nicht so gut kennen in der nutshell darzustellen was wir machen ist vernetzung also der obere teil erstmal die drei abteilungen zusammen wir haben unglaublich viele synergien zwischen den abteilungen das ist die stärke die wir haben wir arbeiten nicht nur in didaktik wir arbeiten nicht nur in technologie wir machen nicht nur produktion sondern wir arbeiten zusammen und das zeigt sich dann in vernetzung wo wir eben bestimmte tutoren ausbildung haben oder eben diesen e learning netzwerk tag ausbilden äh veranstalten prozesse die wir optimieren wie die lehre virtuell um das an der universität breit voranzubringen infrastruktur maßnahmen mit verschiedensten technologien die wir anbieten von moodle app entwicklung und anderem chatbots und qualifizierung auch direkt in die universität tutorenausbildung lehrerausbildung und ähnlichem also sehr starke unterstützungsstruktur und gemeinsam mit dem präsidium haben wir jetzt auch studium digitale eine neue satzung gegeben und ich will euch jetzt kurz diese satzung in ganzer kürze mal vorstellen da ist vor allem herr schieler auch hier ich freue mich sehr dass er da ist unser neuer ceo der auch noch ein paar worte heute mittag an uns richten wird über seine erfahrungen mit der goethe-universität und zusammen haben wir eben die satzung für studium digitale geschrieben und damit das studium digitale eine zentrale dienstleistungseinrichtung der goethe-universität mit forschungsanteilen einem innovationsauftrag für bereich technologie gestütztes lehren und lernen wir haben drei aufgaben erstens scouting maturing services das steht in unserer satzung drin das ist ein mantra das haben wir als sd mitarbeiter ständig wiederholt so lange bis es in der satzung drin gestanden hat ich werde das gleich noch ein bisschen genauer erläutern was wir damit eigentlich meinen exzellente initiativ in die exzellente internationale forschung im bereich technologie unterstützten lernens und aktive beteiligung in ausschreibung der technologien als learning bewerbung was haben wir jetzt in den letzten drei jahren zwei jahren daran gemacht erst mal auch den scouting maturing service prozess der die gesamte sd struktur struktur neu strukturiert bei scouting ist das pilotierung also was machen wir wir identifizieren innovative software aber auch innovative didaktische modelle und lehrmethoden und probieren die aus in kleinen forschungsprojekten oder manchmal größeren forschungsprojekten mit bis zu 1000 teilnehmern wenn wir da bestimmte ergebnisse erzielt haben kommen wir in so eine gewisse maturing phase eine reifungsphase wo wir die dinge weiterentwicklung die nutzerbasis verbreitern es dann weitere fachbereiche geben und probieren eine kritische masse eigentlich für eine bestimmte innovation zu gewinnen und letztendlich kommt dann die service aufgabe wo wir die unsere innovation die wir gemacht haben an eine andere organisation abgeben und das ist ein spannender punkt wir geben dinge die wir getan haben ab wir geben es ans hz ab wo es dann skaliert daten entsprechende datensicherheit und ähnlichen weitergeleitet wird wir sind erfolgreich wenn wir einen service fertig ausgereift haben und ihnen in der uni verankern kann einer neuen institution weil unser auftrag ist innovation und forschung voranzubringen und die universität dabei zu unterstützen ich will jetzt ein paar beispiele davon zeigen ein beispiel ist der gut die chatbot den vielleicht einige von euch kennen auch hier wieder wir haben ein chatbot implementiert ziemlich schnell wir werden komplett neu renovieren und wieder neu auf die auf die beine stellen wir machen dazu aktuelle forschung die man dann auch wieder sieht wo wir die dinge die wir als erkenntnisgewinn haben publizieren wir machen aber auch vielfältige projekte und eins der projekte muss besonders hervorgehoben werden das ist das digital digital teaching and learning lab gefördert von der stiftung innovation in der hochschullehre das auch heute den netzwerk tag massiv finanziell unterstützt und viele andere projekte fuels für mixed reality hessen hab für den austausch impact wir haben beide ki projekte für die goethe-universität in hessen eingeworben sowohl den institutionellen als auch den verbunds projekt also wir haben zwei ki projekte eingeworben die vom bmb auf ausgeschrieben worden sind mit über sieben millionen euro rapide ein eu-projekt wird zusammen mit eu-partnern neue entwicklung für learning design und assessment machen und heiko für hochinformatisches feedback implementieren also viele projekte exzellente internationale forschung und wie schlägt sich das in zahlen nieder ich habe mal unser excel sheet bemüht und hier seht ihr dann was wir in den letzten jahren so in für diesen bereich umgesetzt haben also wir haben insgesamt ein budget von sechs millionen euro für studium digitale eingeworben sind damit massiv gewachsen und neue strukturen aufgebaut aber wir haben vor allem für die universität auch massiven beitrag geleistet von 41 millionen euro die wir in den letzten jahren für digitale lehre für die goethe-universität und die verbundspartner zusammen beantragt haben und auch bekommen haben das alles sind tolle zahlen geht natürlich nicht ohne tolles team und hier sind wir noch mal bei unserem retweet studium digitale in voller breite und das ist sehr schön dieses ambitionierte team in diesen zeiten leiten zu dürfen begleiten zu dürfen und ich will euch alle noch mal herzlich einleiten zu diesem e-learning netzwerktag und freue mich sehr und es ist natürlich nicht nur ein großes team was man braucht sondern was man auch braucht ist natürlich eine starke technology enhanced learning community in frankfurt und die haben wir weil für den heutigen tag haben sich 230 personen angemeldet das ist eine fantastische zahl für eine post pandemische situation wo ich noch viele masken sehe natürlich kommen einige später rein und raus es wird ein kommen und gehen sein aber wir werden sehr viele kontakte heute haben und spannende gespräche führen und dazu lade ich euch alle ein herzlichen dank am Vielen Dank.